Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hellblade. Wir sind immer noch in der Dunkelheit unterwegs und in der wir uns hören. Falls es uns nicht so, wir uns hören. Ah, damit hätte man es besser sehen können, nicht dass wir uns übersehen haben. Ihr könnt ja so frisch sein, wenn ihr irgendwas reingestellt habt. Was man hätte sehen können. Vielleicht mal, wenn ich stehen bleibe. Ah, guck mal an. Das sind nämlich kleine Schweinchen. Die zur Spieleentwicklung. Die verstecke ich nämlich gerne auch immer was. So, Hinweise und sowas. Gleich mal im ersten Raum nochmal nachgucken. Nicht, dass wir da was übersehen haben. So eine Geschichte oder sowas. Hier ist nichts zu sehen. Der Raum hat keine Decke. Das sieht man. Hier muss ich übersehen. Ich will hier unterhalten, dass die Klappe bestimmt. Dann haben wir alles richtig gemacht. Das ist so gut. Dann können wir auch weiterlaufen. Mal gucken, was hier hinten ist. Alles nur, damit wir hier hinten rennen können. Wenn ich zum Schwedervirgen bin. Oder von den Toten wiederkommt. Ich glaube eher, dass wir den retten wollen. Von den Toten. Dass er wiederkommt. So war's. I can't go on. Find a way. I'm not leaving you here. Dankeschön. Sehr freundlich. Mein Liebster. Guck mal, da ist Feuer. Was siehst du nicht? Schau uns mal zu holen. Da ist eine Farre. Ne? Da ist noch mehr Feuer. Guck mal, da ist die Tür gewesen. Wie weit wird es so weit, so wollen sie laufen. Das kommt mir. Ich komme nicht weiter. Ich gehe wieder zu. Tschüss. I think I'm somewhere else now. But the breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Go to. What do you hear? 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 Absolut, du kannst. Leach der Wasser. Good. Das ist dein Weg, Alan. Followed it up, Stree. Hier folgen dem Strich. Aber ich stimmte auch gar nicht. Da ist irgendwas. Was ist das? Ratzenköpfe. Warte, ich bin jetzt in die Hau. In die Richtung guck. Damit es auch einfach da ist. Okay, verstanden. Geht es da noch mal weiter? Ja, hier geht es noch mal weiter. Ich weiß, wir laufen die falsche Richtung. Aber ich will so gucken, ob ich hier irgendwo sehe, dass sie gut versteckt haben vor uns. Okay, ja, okay, 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 ich habe es verstanden. Wenn ich mich zu weit entferne, werde ich auseinander. Ist okay, ich habe es verstanden. Wir gehen nicht da lang. Wir gehen nicht weit in dem Fluss. Wir wollen ja nicht sterben. Keinen sinnlosen Tod sterben. Sinnlose Tod ist ein Tod. Ich muss noch nicht sterben. Oh. Ich muss jetzt nicht noch die Öffne. Oh, ich muss das nicht drinnen. Ich werde kein Schergie. Ich muss jetzt hier machen. Ich habe es so einen Schlossel. Ich muss nach oben. Ich muss jetzt fünfHAuhig. Ich muss hier einfach die Öffne. Ich muss hierher kommen. Ich muss hierher kommen. Das ist der Grund, das ist der Grund, das ist der Grund. Ich hab schon das Gefühl, dass irgendwas passieren kann. Ich weiß nicht so, denn es ist seltsam. Es ist ein Wasser. Ich kann nicht weitergehen. Dann schaue ich einen anderen Weg und erzähle mir, was du findest. Es ist ein Haus. Ich weiß nicht, was drin ist. Geh Angst. Nein, keine Angst. Dillian. Dillian. Da ist etwas drin. Siehst du es? Nein. Dann kann es nicht dich sehen. Dann kann ich schleichen. Kann ich nicht. Du bist aber ganz schön nässlich, du. Ich bleibe schon da drüben. Komm hier rüber. Komm. 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 Geh dir jetzt drüber. Nein, geht doch nicht. Warum nicht? Beweg dich doch mal. Ich muss drüber. Ich will, dass du dich hier bewegst. Ich hoffe, da wieder umzuspielen. Komm schon. Ich hoffe, mich anzugucken. Komm jetzt her! Du bist eine Sau! Du bist eine Sau! Du bist eine Sau! Gut, dann geh ich rein. Das ist schon zu neu, oder? Scheiße. Kann ich mich dupen? Kann ich mich dupen? Kann ich mich dupen? Jetzt kommt's. Ja. Hier fängt sich immer noch nicht. Hey, das gibt's doch nicht! Was soll denn das? Ja, du Affe. Du bist gesichtig. Dich. Ja, die Klappen. Ich bin schon, du bist. Alles gut. Alles wird gut. Alles gut. Alles gut? Alles gut. Ich glaube, er sieht uns nicht, er hört uns nicht, er sieht uns nicht, alles ist gut, er sieht uns nicht, okay, wir dürfen noch nicht zu nah dran, für die Klappe. Wisst ihr, alles wird gut, alles ist gut, keine Angst, einfach vergessen, dass er da war. Wir gehen wieder da oben, da ist doch der nächste Plop, warum will die mich verurschen? Ja genau, aber die Latschen sind noch durch die Gegend da drüßen. Wie viele Plops haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo die langlatschen. Die Plop gehen. Die denken, dass wir da noch müssen. Jetzt gehen wir wieder raus, oder? Der Löffel ist ein bisschen schneller, Junge. Ein Stück zurück. So, jetzt rauchen wir. Jetzt können wir laufen. Schön weiterlaufen. Ganz ruhig. Alles wird gut. Lässt nicht mehr so gesund aus. Die Laufschäden bleibt. Wo sind die Plops hier? Pfff, knüpfen wir uns. Schlecht. Wir gehen, wir schicken wir weiter runter. Bleiben wir ganz kurz stehen. Da ist einer, da hinten läuft einer. Läuft erstmal weiter. Läuft ja weiter runter. Läuft ja weiter runter. Schiss. Okay, jetzt gehen wir. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nicht umdrehen. Ganz ruhig. Keine Angst zeigen. Wir sind eine furchtlose Kämpfer. Sehr schön haben wir das gemacht. Prima. Immer schön weiterlaufen. Ich denke, ich bin in einem Haus. Es stinke. Entschuldige mich, was muss ich aber machen? Die Tod. Hast du Angst, es ist gestern? Das ist nicht meins. Du bist in Kontrolle. So, nur ist es. Ja, die Kontrolle. Lauf damit. Guck mal, da sind sie wieder rum. Ganz vorsichtig. Lauf damit. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Langsam und ruhig. Siehste, gar kein Problem. A well. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Soll ich jetzt da reinhüpfen? Ja, natürlich. Ich bin da jetzt reinhüpfen. Warum auch nicht? Ich bin gar nicht wissen, was das ist. Ich bin gar nicht wissen. Help me. Nein. Los, bist du. Okay. Die Klamme. Schrei die so um! Das sind nur die Toten Füße! Meine Hütten sich freuen! Das sind nur die Toten Füße! Gute bleiben für euch! 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 Alles ist gut! Alles ist gut! Keine Angst! Gute bleiben für euch! Ich tue nichts dir besser! Siehste, alles gut! Is that you? I can see a light! Yes! I can see you too! Das ist schön! Es bringt Licht ins Dunkel. Die haben ja bestimmt viele über sie. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich so rum soll. Von daher kann ich es nicht ändern. Was ist eine Pflanze? Ich erinnere mich. Da unten ist irgendwas. Aber wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Ist das eine Review? All diese Fragen. Und noch viel mehr. Warte, bitte. Das ist eine Review. Ach, das ist das. Okay, gut. Da waren wir nicht hin. Da waren wir schon. Warum? Das Licht aus. Ich bin nicht in der Mitte. Ich bin nicht in der Mitte. In the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were... gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. It's very cool. Oh, that's it. Then we'll do that too. It's over, it's over, it's over again. Ignore the voice in your head. Ich weiß nicht. Es ist nur da. Es ist nur da. Du wirst nie wissen, worum es geht. Euer Kondruck. Bye bye.